Andreas Johann Persode de Dormonschville war ein preußischer Generalmajor, Chef des Infanterieregiments Nummer 33 und Amtshauptmann zu Ragnet. Leben. Herkunft. Er stammt aus Lothringen und kam als einer der französischen Flüchtlinge nach Brandenburg. Sein Vater war André Persode Parlamentsadvokat von Paris und besaß bei Metz das Gut Hokenkort. Seine Mutter war Rachel Morel. Militärlaufbahn. Im Jahr 1700 kam er zum Infanterieregiment Kur-Amerkischen Garde zu Fuß. Nummer 1. 1704 wurde er dort fernrich und danach von König Friedrich I. zum Regiment Dönhof Nummer 2 versetzt. In diesem Regiment wurde er am 17. November 1708 Hauptmann, 10. Juli 1713 Major, 2. Mai 1722 Oberstleutnant und am 9. Juli 1729 Oberst. Am 12. August 1736 erhielt die Amtsmannschaft von Ragnet, die er 1739 wieder abgab. Im Jahr 1739 wurde er Chef des Garnisonsregiments Abo Nummer 9. König Friedrich II. gab 1740 ihm das neu errichtete Physieregiment Nummer 40. Das Austeilen des Garnisonsregiments errichtet wurde. 1741 erfolgte seine Ernennung zum Generalmajor, aber schon im Jahr 1743 erhielt er seine Entlassung mit einer Pension. Er kämpfte im Spanischen Erbfolgekrieg, im Pommernfeldzug, 1715 Sechzehntel sowie im Ersten Schlesischen Krieg. Familie Persode de Dormangeville war zweimal verheiratet und hatte mit seiner ersten Frau zwei Kinder, von denen ein Sohn schwachsinnig war. Seine zweite Frau war eine Geborene von Schröter. Von ihr ist bekannt, dass sie 1773 unter traurigen Umständen lebte und daher von König Friedrich II. eine Pension 200 Talern erhielt.